Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, entschuldige. Wie? Ein Drache. Niemand kommt nah an einen Drachen ohne zu sterben. Nein! Es sei denn, es gelänge ihm, den Drachen zu töten. Ist das deine Absicht? Ja, Sir. Ich werde ihn töten. Junge, du hast das Herz eines Helden. Hoffen wir, dass du vernünftig genug bist, dich davor zu schützen. Du glaubst, du bist Manns genug für sie? Ich liebe sie. Du stehst zu weit unter hier! Drachen zu töten ist die Aufgabe der Paladine. Kannst du durchs Feuer gehen? Ein Held. Komm da! Dein Vater würde uns beide töten. Gibt sein Leben für die Liebe. Paladin, der Drachentöter. Sehr wenige besitzen alle Gaben, doch alle besitzen eine. Das war eine winzige Zauberei. Untertitelung des Schmerzes